Hier sehen wir den schönen Strand. Der ist drauf und man kriegt beim All Inclusive auch unten am Strand was serviert. Auf jeden Fall würde ich All Inclusive empfehlen, nicht nur Halbinson, weil die Preise sind sehr hoch. Die sind schon sehr gesatzen. Die sind schon sehr gut. Die sind schon sehr gut.